Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play The Division mit Christoph zusammen. Moin! In der letzten Folge haben wir das neue Hauptzentrum für unser Unterschlupf freigeschaltet. Jetzt müssen wir tatsächlich die ganzen Flügel reaktivieren, das heißt Sicherheit sowie Krankenhaus und ja, was war das andere nochmal? Keine Ahnung. Naja egal, auf jeden Fall. Medizin. Nahrungskonserve. Oh, Sakko. Dankeschön. Medizinische Flügel, Technikflügel und... Warte mal. Es ist ja auch wie mit unseren Fähigkeiten. Die Fähigkeiten sind doch auf Medizin, Technologie und Sicherheitsflügel. Okay, so weiter. Gut, wir fangen jetzt mit dem Madison Feldlazarett an und Stufe 4 mit... Ja gut. Dann gehen wir rein da. Oha, okay. Wir sind ein Fähigkeiten als Personal für unsere medizinische Abteilung. Wir gehen rein. Die Feinde sollen das sein. Ja. Wir holen das her. Ja, ich trau dem Ganzen noch nicht. Oh, da kommen sie schon. Ach, ich geh mal in Deckung. Ich will nicht. Ich will nicht mehr wieder tot sein. Ich will nicht mehr wieder tot sein. Huch, hoffentlich wird wieder schon geschossen. Ach du Scheiße. Nein, geh in die Knie, du Vogel. Geh in die Knie. Das kotzt sowas von an, wenn die nicht in die Knie gehen. Ja. Ja. Wäre ich auch stinkig gemacht. Ach. Geh ich mal hier rein in den Computerschall. Ich weiß gar nicht wo du bist. Ich weiß gar nicht wo die Leute sind, vor allen Dingen. Doch. Die sind alle tot. Nein, 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 nein. Jetzt hoch. Ey. Er schießt. Ne, er puckt sich nicht. Entschuldigung. Wenn sie mir Zugang zum Sicherheitssystem verschaffen, könnte ich Candles Aufenthaltsort finden. Wah. Ja. Wir sollen hier weiter nach oben gehen. Ah ja, okay. Gut dann. Rein. Warte mal. Ich guck grad was. Ne, da ist nichts. Oben. Ach da hinten. Okay. Tastatur benutzen. Mach das mal. Ne, ich muss das hier auch machen. Klar. Sehen Sie die Bilder der Überwachungskameras? Candle und ihr Stab werden anscheinend gezwungen, ihre Verbundeten zu behandeln. Nur deshalb sind sie noch am Leben. Checkpoint. Interagieren. Was habe ich? Explosivgeschoss. Sehr schön. So. Ohne zu sterben geht's jetzt weiter. Wir sind Profis. Schön. Was gibt's hier? Hier gibt's glaub ich nichts mehr, glaub ich. Glaub ich. Glaub ich. Doch, hier gibt's was. Eine Tasche zu lügen. Hier oben in einem Restaurant. Was habe ich gefunden? Ich weiß es nicht. Irgendwas. Eine Tasche Mineralwasser. Ah, siehst du das. Pfff. Scheiß drauf. Gut. Hm. Komischer Mensch, lauf doch mal. Kann man den Strootwinter wieder ausrüsten? Das sind jede Menge von den Typen. Aber wenn sie die Deckung nutzen, können sie sie ohne Gefahr ausschalten. Ja, komm. Ich schalte mir ohne Gefahr aus. Mhm. Boah, die scheiß... Ah, da hinten kommen sie. Ich seh sie schon. Ja, komm. Lass sie kommen. Ja, warte mal. Ich... Geh erst in Deckung. Geh doch in Deckung, Mann. Oh. Ach ja, komm. Schmeiß doch deine Granat woanders hin, du Arsch. Nein! Geh die Knie. Nein, er steht vor dir. Und du... Ja, kriegst ihn nicht. Da schoss ich. Geh die Knie los. Ja. Ja. Warum schmeiß denn die eigentlich nicht mal ab? Wie wirft man denn Granaten eigentlich? Äh, Steuerkreuz links und dann einfach nur mal Schießtaste. Ja, hallo, chill. Wages nicht die Granate zu schmeißen, du Schlampe. Äh, ich wollt's. Ich versuch's auch die ganze... Achtung, der Wirf. Ja. Weitere Feinde entdeckt. Oh, hier ist wieder reichlich Loot für mich. Hm, ich nicht. Ich komm gar nicht so weit dazu. Das ist mal schwer, eine Granate anscheinend. Ey, Hilfe, nein, nicht töten. Ah. Geh in Deckung. Ja. War zu spät. Ah! Granate. Ja, jetzt bin ich tot. Blub, ich bin tot. Im Ernst? Ja. Warte, nicht sterben lassen jetzt. Das dauert aber nicht mehr lang. Ich hab noch 5 Sekunden vielleicht. Überhaupt. Kotzt das an, ey. Ja. Warte doch. Ja, die schießen alle auf dich. Huch. Ja, ja. Die Hälfte habe ich. Aber Checkpoint. Normalerweise müsste ich mich jetzt beim Checkpoint unten raussetzen. Ja, eigentlich schon. Soll ich versuchen? Na ja, versuch mal. Ja. Ja, ja. Ist ja gut. Hallo. Boah, Alter. Achtung, Granate. Ja, ein bisschen sehe ich ja noch was Sache ist hier. Bob. Wow, wow, wow. Hey, hä, 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 hä. Alter, die schmeißen hier Granaten unter Mustang... Hm, ich war's. ...w�적 würde es keinen Wager geben. Wovere auf mich zu schießen, du Bastard. Du blöder, Hurensohn. Alter Fick dich ins Knie. Bitch. Ja, das gibt's doch nicht, ey. Ich bin tot. Ach auch, ich auch. Schon wieder? Nein, ich bin noch gar nicht Halt Das gibt's nicht Wo muss ich hin? Dr. Candle retten Ach, muss ich jetzt alles durchlaufen hier wieder? Ja, Vorsicht, da sind ein paar Ja, ich seh's ja schon Ja, versuch erstmal, mich wiederzubeleben Du kannst das noch machen Ich weiß doch gar nicht, wo du bist Ich wieg da doch Ja, das war's, das war's Dann komm ich gar nicht hin so schnell Du warst doch schon in meiner Nähe Ja, bloß die Viecher laufen auf mich zu Alter, die Viecher, die Viecher sind deine klingste Sorge So, toll, jetzt Das war's mit meinem Bonus So, jetzt vergie ich die alte Alle weg, ey, ich hab da keinen Bock mehr drauf Vorsicht, Granate So, ich freu's Ja, ich wusste so sagen Ich wappen halt ab, die verschwommen Na genau, mach bei mir auch noch eine Ja, haut's auf mich zu Alle Granaten Hoch So, ich weiß gar nicht, was Sache ist jetzt überhaupt Ach, Granate Ich hab' auch Ich hab' auch irgendwas bekommen Ich hab' auch irgendwas bekommen Hätten es noch etwas So Dann Splittergranate Wieder gefunden Oh, soviel Ich hab' auch keine Zeit für's Für sowas Ich mach' weiter Und da oben ist halt Blendengranate schön Wo muss ich jetzt hin? Wir haben uns hier oft Spieler angesehen Aufzug Muss in meinen Aufzug Ja Nun warte doch eben Ich glaube, es ist ganz gut, dass meine Eltern das alles nicht mehr mitkriegen Äh, finde ich gar nicht so wichtig Und dann denke ich an die Leute, die trotzdem alle Leute machen Hast du keine Ausrüstung? Für die tun wir das hier, Agent Holen Sie sie raus Fünfter Stock Immer rein Ich hab' auch Blacks rein Ah, jetzt hat er Nu Checkpoint Checkpoint, das ist gut Der Weg zu Kobis führt durch kontaminierte Bereiche Hier sind viele kranke Leute behandelt worden, bevor sie erschossen wurden Also passen Sie auf Oh, hier ist wieder eine Menge Deckung Hier können wieder Feinde kommen Oder kommen Feinde? Ja, da kommen bestimmt Feinde Da drüben ist Laufen Ah, Vorsicht, 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 Vorsicht Unten bleiben Da ist der Arzt, da sind die Ärzte Warte, bleib' unten Ja, der geht doch immer hoch, wenn ich lauf Ja, du sollst ja auch an der Wand rumlaufen, nicht Irgendwo anders In Deckung bleiben So Ich hab's geschafft, dran vorbeizuschleichen So Wir müssen aber hier rüber Ne Durch die Tür hier Ah, jetzt schießen Sie Ja, ja Oh Geister, wie sollen wir dann denn Da drüben ist einer Äh, du stehst im Weg wieder Ey, geh doch in die Knie, du Vogel Mann, ey Kotzt das an, ey Das Spiel So schön's ist, aber So Buckig sind die Figuren Oh, der ist tot Hey Oh, wer schießt mich denn schon wieder Ja, ich bin wieder tot Oh, sehr schön zuzugucken Den Leuten, wie sie um mich rumstehen Und mich schießen Wollen Ja, 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 ja Freundchen Ich geh looten Ich lauf dir mal entgegen Ich hab noch einen halben Kreis Einen Viertelkreis Nein Scheiße, wo ist der, wo ist der, wo ist der, wo ist der Jetzt bin ich tot Wo bist du denn? Bin schon tot Bin dir entgegen gelaufen Ich war gerade vor dir gestanden Du bist voll an mir vorbei Warte, warte, warte Ich kann ihn noch wiederbeleben So Warte auf Wiederbelebung von 13 Sekunden Na ja, doch Schicke Bini Hey, danke schön Für was? Das Wiederbeleben Achso Okay Geschafft Verkehren wir schützen Ja, das gibt's doch nicht Noch mehr von diesen Wixern Oh, und der Pekinese kommt schon wieder, glaube ich G1 noch nach vorne und decke mich an Nein, du Verfickter Pekinese Haus mir jetzt endgültig ab Boah Schlägt er mich auch noch Das ist echt wahnsinnig Äh, der Gegner ist gerade verschwunden Gut Geh in die Knie, du Hans Friedrich Vorsicht, er kommt Da kommt wieder so ein Arschloch Das Boot Guten Abend, Junge So will ich das sehen So, Schützen ausschalten Ah, da oben Okay Los, 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 los Also die Treppe hoch, oder wie? Ja Okay Ah, man, läuft auch Okay Kann man eigentlich an der PS4 eine Tastatur anschließen? Ja, kann man Cool Kostet aber dementsprechend auch Wie kostet er dementsprechend auch Schon wieder eine Treppe hoch Alpha Eskorte, wir haben einen Agenten auf dem Dach Hat Kendall es zu ihnen geschafft? Bestätigt Sie und ihr Stab sind gerade alle Keine Neustartzone Nicht sterben, Christoph Ja Mit zwei Lebenspunkten noch Boah Das haben wir wieder sehr knapp Darüber müssen wir Ich krabbel mal Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht Da kommen wieder welche Und Hubschrauber Die Chineser kommt Verschwommene Sicht Ja, muss man da rechnen Ja, lieber verschwommene Sicht Als irgendwas anderes Huch Nein, geh doch in die Knie, du Vogel Boah, ich kann nicht schniegen, du Vogel Ja, mach ich ja Geh in Deckung Gehen die Erstmal nachladen Nein Ja, Bom Schön Ich geh jetzt weiter nach vorne Oh, er schießt, Vorsicht Bin schon weg Oh, der Pekinesische Kommt wieder Wo kommt der Oh nein Da kommen gleich drei Stück Boah, seht, da kommt einer zu dir Schön Nein, einer ist tot Und zweit Nein, zu dritt kommen sie Alter, das ist ja nicht fähig Nein Nein, ich hau ab Ich renne jetzt Solange der seine dumme Waffe nachlädt Renne ich Ja, genau Ah, ja, Boom Okay, 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 ganz ruhig Ja, ich bin tot Nein, ich bin, nein Ich bin tot Oh Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme Ganz ruhig So, weiter Hier ist in Deckung, 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 Deckung Ach, Inhalt voll, ich kann noch nicht mal was mehr mitnehmen Mann, das ist unfro Was ich? Was schießt du ja? Lasse mal schießen Oh Boah, das ist schon echt Ja, das Spiel ist anspruchsvoll Mit zwei Leuten wäre es jetzt schon echt angenehmer Au Nein, oh, der lädt schon wieder nach Alles Oh, Alter Ich rieche gerade Das hier gerade Hallo, wie macht man Granate links, hast du gesagt Ja Okay, weiter, 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 weiter Was, aber wer schießt denn da auf mich? Das Arschloch da drüben Okay, Vorsicht Hatsch, Hatsch schießt auf uns Ja, ja Ganz vorsichtig, wenn er hochkommt, da schießen Zu zwei Boah, das ist echt keine Chance gegen, ey Mäh, das ist ein Mit uns und Waffen überhaupt nicht Aber das geht eigentlich Meine Waffen sind eigentlich echt gut Er kriegt mehr Leben Er kriegt mehr Leben von uns als wir Von ihm Irgendwie eine Granate mal drauf zuwerfen Bringt das was? Mach mal Ja, das funktioniert noch nicht Bei mir muss das Granate Vorsicht, in Deckung Deckung, in Deckung Ich drifte eh nicht, der schießt eh nur auf dich Er schießt auch auf dich Boah, jetzt schießt er nur noch auf mich Jetzt ist er weg Weg, er ist tot Oh man, ich kann nichts mitnehmen Ich kann nichts mitnehmen, ich kann gar nichts machen Warum kannst du nichts mitnehmen? Weil ich voll habe Achso Ich weiß nicht, wo man das entleeren kann Verkaufen Alles verkaufen Ist ja richtig dumm Egal Scheiß drauf So Schön Jetzt gehen wir noch die Treppe runter Dann machen wir auch Schluss für die Folge Boah, ich weiß nicht, ob man den noch rausbegleiten muss Oder sonst was Primärattribute Siehste Alles klar Primärattribute So, sauber Schön So, jetzt muss ich einmal Mit Jessica Kendall in der Basis reden Ja, sofort So, und dann müssen wir noch mal runter Ich warte noch kurz, bis du kommst So, ich habe jetzt Ne, der ist besser So, ich habe eine neue Waffe, habe ich gesehen Die ist aber schlechter Das heißt, meistens so Also nicht So, warte Ich muss jetzt eben hier Club Ich bin unten So, ich habe jetzt noch einen Schalldämpfer Für meine Waffe Schön Okay Ich warte noch Ich warte noch, bis ich interagiere Oder wie man das nennt Okay Oh, hier ist ein Fahrstuhlschacht Du hättest auf mich warten müssen, du Arsch Danke Warum Du kannst hier runter Warum Weil jetzt ein Fahrstuhlschacht hier ist Achso, runterhangeln Achso, okay Du musst runterhangeln dich An dem Strick, an dem grünen Kletterseil Sag das doch So, draufdrücken Cool Das machen wir jetzt noch fertig mit dieser Jessica tralala reden Dann los Normalerweise dürften jetzt keine Feinde mehr kommen Normalerweise Komm auch keine mehr Guck, da vorne sind sie schon Gehen sie keine ohne Oh, Sonne Abgeschlossen Stufe 4 Neues Ziel mit Jessica Cable Ach, da vorne in unserem Ding Müssen wir wieder reden mit ihr oder was? Ja, genau Okay, dann machen wir das Dann gibt es noch ein bisschen Überlänge Wer ist die Jessica? Der Arzt Der Arzt Der Arzt Ah, ich bekomme wieder Leben Hey, ich bin wieder voller Leben Sie verpassen was Wo ist 23 Meter? Eigentlich normalerweise nur drauf Soll ich jetzt einmal leise sein? Ich weiß nicht, wo der ist Leise jetzt Na, wen haben wir denn da? Danke für Ihre Hilfe im Garten Ich war ja schon früher in unfreundlichen Arbeitsumgebungen Aber wie es aussieht Kann man mit diesem Arbeitsplatz auch keinen Preis gewinnen Antike Ausrüstung, kein Personal Draußen stehen die Patienten Schlange Das wird einfach nicht reichen Wir tun, was wir können, Dr. Kendall Jeden Vorschlag, den Sie haben Nehme ich gern entgegen Ich weiß, ich weiß Teufel, Fliegen und so weiter Was zählt ist, dass wir das Virus besiegen Aber dazu müsste ich erstmal mehr darüber wissen Das wäre ein guter Anfang Sarah ist ziemlich sicher, dass ein Dr. Gordon Amherst etwas mit dem Ausbruch zu tun hatte Ach Gott Das Arschloch Ich hab ihn mal an der Columbia gehört Da gab es fast ne Schlägerei Wenn er beteiligt ist, muss ich mit ihm reden Alles, was sie von ihm finden können Notizen, Laptops, persönliche Freunde Ich brauche alles Wir müssen über lebende Proben reden Und Antikörper Sie haben viel zu tun Und Sie werden? Probleme lösen Leben retten Nun, wenn Sie entschuldigen, fang ich gleich an So Leben retten will sie Gut Und mit dem komischen Doktor reden Genau, Einsatz abgeschlossen So, dann würde ich sagen Ist das auch mal Schluss mit der Folge Denn Ein besseres Ende kann man nicht finden Als mit der heißen Doktorin da zu reden So Alles klar Also wenn es euch gefallen hat Lasst ein Like da Ist ein Abo da Ein besseres Ende nicht machen Kommentiert, wenn wir den Laptop benutzen Ja Wenn wir den Laptop benutzen Kommentiert einmal von mal Äh, nein Kommentiert, um uns Feedback zu geben Wie ihr die Folge fandet Ob ihr noch mehr sehen wollt Ja Dann würde ich sagen War es das von meiner Seite aus Dann würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Part Und Auf drei Leute Tschüss Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Vielen Dank.